herzlich willkommen zu unserem heutigen letzten webtalk aus der reihe erfinden und erstellen für lehrerinnen und lehrer ich freue mich sehr dass ihr heute wieder dabei seid heute geht die reihe zu ende es ist der zehnte und damit letzte talk aus meiner reihe und ich möchte euch heute ein paar dinge noch mit auf den weg geben die euch hoffentlich die erkenntnisse und das was ihr gelernt habt aus den vergangenen webtalks noch ein wenig verfestigen und hoffentlich auch noch ein paar fragen beantworten falls ihr noch welche habt heute geht es also darum wohin gehe ich mit meinen möglicherweise noch offenen fragen die ich aus der beschäftigung mit open educational resources jetzt noch mitnehme wir hatten ja in den vergangenen wochen ganz verschiedene themen es ging um fundgruben für oer es ging um die auswahl der richtigen lizenz formen wenn ich selbst frei verfügbare bildungsmaterialien erstellen möchte und ganz viele andere dinge und möglicherweise habt ihr euch an der ein oder anderen stelle die fragt wo kann ich denn eigentlich schnell und übersichtlich nachgucken wenn solche fragen sich in meiner aktiven arbeit wieder ergeben es gibt natürlich im internet in der oer community eine schier unüberschaubare anzahl von ratgebern broschüren tipps und tricks zu allen möglichen themen ich habe versucht euch heute eine gewissermaßen kleine best of auswahl das ist natürlich meine persönliche best of auswahl zusammenzustellen die euch genau diese hilfsmittel an die hand geben dazu weiche ich ein kleines bisschen ab von dem konzept wenn man so will dessen dass wir die materialien im internet finden und auch nutzen ich zeige euch nämlich dinge die man sich auch gut ausdrucken kann oder schicken lassen kann je nachdem wie ihr es haben möchtet und wirklich wie einen kleinen handapparat zur aktiven arbeit mit oer auf dem schreibtisch versammeln könnt ich habe mir das angelegt ich habe also tatsächlich eine kleine auswahl von broschüren und merkblättern auf dem schreibtisch liegen auch wenn ich den rest meiner büroarbeit größtenteils tatsächlich papierfrei erledige in meinem workflow passt das eigentlich ganz gut rein und vielleicht ist der ein oder andere tipp auch für euch dabei wie ihr die materialien die hilfsmaterialien bei euch gut auf dem arbeitsplatz integrieren könnt ich habe auch heute wieder eine kleine präsentation mitgebracht mit den entsprechenden materialien und ich teile meinen bildschirm mit euch und hoffe dass ihr das nun alle sehen könnt also mein heutiger web talk geht um das thema noch fragen ich steige direkt ein mit einem material dass die ein oder anderen von euch vielleicht auch schon kennen es geht ja um dinge die man sich auf den schreibtisch legen kann und da darf der oer bierdeckel nicht fehlen ich hatte den schon einmal präsentiert in einem vergangenen talk der bierdeckel ist ein praktischer gegenstand denn man kann nicht nur seinen kaffeebecher darauf abstellen und damit unschöne kaffeeränder auf dem schreibtisch vermeiden sondern man kann auch wissenswertes darauf notieren und auf dem oer bierdeckel findet ihr in sehr kompakter und gut verständlicher form zwar nicht die steuererklärung von der auf dem bierdeckel auch schon mal die rede war das haben wir auch nicht geschafft bei oer info aber immerhin die wichtigsten facts über freie bildungsmaterialien eine kurze definition und auch die drei oer lizenz formen mit einem einer kurzen erläuterung was man mit den materialien machen darf ihr seht das geht ganz kompakt und sehr übersichtlich passt auf einen bierdeckel und könnt ihr euch auch auf den schreibtisch legen zeige ich mal wie die aussehen die gibt es nämlich auch in echt das ganze offen lizenziert unter cc0 ihr dürft die also selber ausdrucken ihr findet dann auch die links zu den materialien in meiner präsentation könnt also ganz frei und nach belieben mit den materialien verfahren als nächstes hilfsmittel dass man sich schön ausdrucken kann und vielleicht an die pinwand am schreibtisch heften kann habe ich euch die grafik die infografik welches ist die richtige cc lizenz für mich mitgebracht auch diese grafik habe ich euch schon einmal gezeigt im web talk über die richtige lizenz für eigene materialien ich zeige euch das auch jetzt hier nur in aller kürze möchte ich dazu ermutigen euch das wie gesagt auch auszudrucken und griffbereit am schreibtisch zu haben wenn ihr möglicherweise eigene materialien erstellt auf dieser grafik könnt ihr sehr übersichtlich einen sprichwörtlichen fahrplan ablesen welche lizenz für eure eigenen materialien wenn ihr etwa ein arbeitsblatt erstellen möchtet oder eine fotografie anderen nutzerinnen und nutzern zur verfügung stellen möchtet welche materialien welche lizenz formen sich dafür eignen ihr könnt also auf diesen fahrplan ablesen der kleine spielzeugzug seid ihr selber und ihr bewegt euch auf diesen gleis und weichen system nach vorne beantwortet für euch die fragen etwa ob andere das werk dass ihr erstellt teilen bearbeiten kommerziell nutzen oder ob auch euer name genannt werden soll und je nachdem ob ihr diese fragen mit ja oder nein beantwortet landet ihr bei der für euch geeigneten form also sehr anschaulich sehr kompakt zum ausdrucken irgendwo hin heften hat man alles gut im blick und kann sich einen überblick verschaffen wie die lizenz formen sich zusammensetzen und welche fragen dahinter stecken da nicht alle diese lizenz formen diese lizenz kombinationen aus den creative commons lizenzen auch automatisch oer erzeugen habe ich euch auf dieser folie noch mal in grün die drei oer lizenzen markiert in rot die lizenz formen die also nicht zu oer lizenzen führen noch mal kurz zur erinnerung wenn ihr den zusatz nicht kommerziell oder mit dem kürzel nc respektive das logo das symbol der durchgestrichene euro oder das durchgestrichene dollar symbol und nd no derivatives oder keine abänderungen oder auch das symbol gleichzeichen wählt habt ihr leider keine oer lizenz erzeugt das gibt bestimmte einschränkungen für nutzerinnen und nutzer welche das konkret sind könnt ihr euch gerne in einem anderen video noch mal anschauen die originären oer lizenzen sind wie er auf dem bier deckel sehen konnte die cc zero cc by und cc by s a das noch mal zur erinnerung und hier auf der folie noch mal farbig kennzeichnet wenn ihr mögt könnt ihr euch das natürlich auch ausdrucken um euch das zu vergegenwärtigen dann habe ich noch eine weitere sehr praktische grafik mitgebracht auch diese grafik habe ich euch bereits gezeigt sie gefällt mir aber so gut und ich finde sie so sinnfällig dass ich sie gerne noch einmal mitbringe und zwar handelt es sich um die tulu regel die auch hier auf dieser grafik von julia eggestein wunderschön umgesetzt wurde die tulu regel zeigt uns mit diesem sehr leicht zu merken den begriff tulu was wir machen müssen wenn wir materialien weiterverwenden und korrekt richtig unter creative commons lizenzen kennzeichnen möchten möchten da gibt es also eine anzahl von angaben nämlich titel urheber lizenz link und ursprungsort die erläuterungen dazu findet ihr auf der grafik selbst und wenn ihr diese dinge berücksichtigt habt könnt ihr euch sicher sein dass ihr die materialien richtig gekennzeichnet habt also auch das ist eine grafik ein material dass man sich schön ausdrucken und an den schreibtisch heften kann um bei bedarf einfach noch mal einen blick darauf zu werfen nun möchte ich euch ein paar etwas umfangreichere broschüren ans herz legen nachdem wir ja jetzt ein paar einseitige beispiele also auf einem din a4 blatt auszudruckende beispiele kennengelernt haben möchte ich euch gerne die jointly broschüren von irides ans herz legen es handelt sich dabei um insgesamt acht broschüren die erstellt wurden im rahmen des jointly projekts das war ein projekt im rahmen der oer förderrichtlinie des bmbf und man hat also eine ganze reihe von broschüren erarbeitet die nutzerinnen und nutzern hilfreiche tipps für die arbeit mit und an oer geben ihr seht hier schon auf den ersten blick ich habe auf meiner folie einfach die deckblätter abgelegt es geht um tipps für gutes lizenzieren von oer bis hin zu ratschlägen und tipps zum kombinieren bearbeiten und remixen von oer was creative commons sind was offene bildungsmaterialien und geld verdienen gemeinsam haben und dergleichen mehr all diese broschüren stehen euch zum kostenfreien download zur verfügung man kann sie sich sehr kompakt und eben auch gut ausdrucken und auch ich habe einen kleinen ordner mit diesen broschüren auf dem schreibtisch stehen den ich tatsächlich auch immer wieder konsultiere weil die broschüren sehr gut verständlich und sehr kompakt formuliert sind zeige euch als beispiel die fünf tipps für gutes lizenzieren ihr seht beim klick auf den link den ich hier hinterlegt habe öffnet sich schon die broschüre und ich scrolle ganz kurz zum inhaltsverzeichnis es ist sehr übersichtlich beschränkt sich auf wenige inhalte die in dieser broschüre zu finden sind und ihr findet gut verständlich und präzise formuliert die einzelnen inhalte in der broschüre die ihr hier bedenkenlos weiterverwenden könnt auch weiter verbreiten ihr könnt sie in eigene oer einbinden denn alles ist schön unter der lizenz von CC BY 4.0 lizenziert ich zeige es euch hier beziehungsweise einige ältere versionen sind hier noch aber CC BY ist das für uns entscheidende ihr könnt also diese broschüren bedenkenlos verwenden schaut euch gerne um auf diesen in diesen broschüren ihr findet das ganze natürlich auch im netz unter der seite von iWrites Info auch das habe ich euch mal hier hinterlegt ich werde gleich noch ein paar worte zu iWrites sagen ihr findet also hier auf der seite selbst die broschüren zum download und auch eine ganze vielzahl von weiteren und ich möchte euch gerne noch ein paar weitere beispiele zeigen von sehr hilfreichen materialien die ihr auf iWrites findet unter anderem was ich euch gerne noch zeigen möchte ist die artikelreihe bildung und oer zu erwähnen die ihr bei iWrites findet iWrites setzt sich zusammen aus einem sehr kompetenten team aus wissenschaftlichen journalisten die unter zu hilfenahme auch von anwaltlichen rat broschüren und themen bearbeiten und hier in dem blog thema bildung und oer findet ihr in regelmäßigen abständen beiträge zum thema open educational resources und bildung hier ganz aktuell vom 14 januar findet ihr einen artikel zum thema wie vertragen sich fotos und inhalte aus pixabay und ähnlichen mit creative commons lizenzen und oer wer möglicherweise schon in einem der vergangenen talks dabei war kennt diese problematik es verändern sich ja auch lizenzbedingungen in verschiedensten plattformen es kann immer wieder mal sein dass neue lizenzformen auftauchen und dann fragt man sich wie gehe ich damit um wenn ich selbst oer stellen möchte hier findet also findet ihr viele und aktuelle informationen zu diesem thema hier gibt es auch weitere inhalte zum thema infografiken autorinnenverträge und so weiter und so fort also nicht nur die die broschüren auf irides sind ein echter tipp für euch sondern auch die blog inhalte wir bleiben aber ein wenig noch bei dem thema broschüren denn ich wollte euch eigentlich ja dinge an die hand legen die ihr gut für einen kleinen handapparat auf dem schreibtisch brauchen könnt es gibt eine rubrik urheberrecht in bildung und unterricht die ich euch hier verlinkt habe beispielsweise findet ihr hier eine broschüre zur kultur im live stream oder diverse live leitfäden zu rechtsfragen zu digitalisierung und lehre da wird es etwas spezieller wer aber sich vertieft mit diesen dingen auseinandersetzen kann findet wie üblich auch hier weitere broschüren und last but not least möchte ich euch auf die klick safe broschüren aufmerksam machen die sind also in kooperation mit klick safe entstanden es handelt sich um eine sechsteilige reihe mit dem über thema durchblicken im rechte dschungel ich zeige euch das ganz kurz wie die aufgebaut sind die sind etwas umfangreicher etwas detaillierter stehen euch zur verfügung auch wenn sie leider keine ue r lizenz tragen ihr seht sie sind und sie sie bei nc nd also nicht kommerziell und keine abänderungen erlaubt lizenziert falls ihr aber diese materialien für euch benutzen möchtet und sie weitergeben möchtet im kolleginnen und kollegen kreis dann könnt ihr das jederzeit tun sie sind sehr schön aufgebaut und behandeln eben auch sehr gut und sehr übersichtlich diverse themen zum thema unterricht und internet und was es mit den urheberrichten auf sich hat als letztes beispiel für eine broschüre die man sich gut auf den schreibtisch legen kann habe ich euch die broschüre oer in der schule mitgebracht diese broschüre habe ich auch schon gezeigt sie stammt nämlich aus dem lernprojekt das lernprojekt steht für lehrer fortbildung durch nutzung und produktion von oer materialien auch dieses projekt war in der ersten förderlinie des bmbf zum thema oer angesiedelt und unter anderem neben viel einer vielzahl anderer materialien ist eben diese broschüre erschienen und ich kann nur sagen es ist ein absoluter dauerbrenner für lehrkräfte in allen schularten diese broschüre an der hand zu haben hier möchte ich euch in aller kürze zeigen worum es da geht ihr seht auch ein kompaktes format auch optisch attraktiv quadratische sind elf seiten und ihr findet in dieser broschüre die wesentlichen informationen zum thema offene bildungs materialien in der schule zum beispiel informationen über die relevanz von oer in der schule zum thema an sich was eigentlich oer sind informationen in sehr übersichtlicher form über die rechtssicherheit von oer im unterricht und wie das funktioniert welche lizenz also für die schule geeignet ist und welche kombinationen der creative commons lizenzen zu oer führen dass sie sich hier auf der rechten seite hier auch noch integriert die tulu regel und last but not least ein paar tipps wo und wie man oer für den unterricht findet auch diese broschüre ist natürlich offen lizenziert unter cc bar ihr könnt damit also sehr viel anfangen und auch abänderungen machen sie weitergeben weiter verbreiten alles was euch einfällt wenn ihr das diese broschüre im internet abruft auch hier gibt es den link dazu in meiner präsentation die euch zur verfügung gestellt werden wird ist diese broschüre sogar interaktiv ausgestattet also ihr könnt bestimmte features in der broschüre interaktiv anwählen und damit bin ich auch schon am ende mit meinem kleinen ausflug in meine persönliche best of sammlung von broschüren von ratgebern von grafiken die einem das leben mit oer und die arbeit mit oer erleichtern ich hoffe ich konnte euch ein paar tipps geben wie ihr also selbst mit diesen ratgebern die arbeit euch leichter machen könnt ich kann es nur empfehlen sich ein paar dinge an die hand zu legen wirklich physisch auf den schreibtisch um auch notizen anzubringen und man ihr werdet sehen er greift immer wieder darauf zurück gibt die sachen weiter verbreitet das auch im kolleginnen und kollegen kreis ermuntert auch andere dazu mitzumachen denn wie immer gilt auch hier wissen wird mehr wenn man es teilt und in diesem sinne wünsche ich euch viel erfolg gutes gelingen und weiterhin viel spaß bei eurer arbeit mit oer und würde mich freuen wenn ich euch in einem der einer künftigen veranstaltung in welchem format auch immer wieder sehen würde bis dahin sage ich vielen dank fürs zuhören und servus